Herzlich Willkommen zu unserer Reihe von Einführungsvideos zu Ihrem Audiobox i1 oder i2 Audio Interface. Die Reihe besteht aus insgesamt sechs Teilen. Nachdem Sie sich Teil 1 und 2 angesehen haben, fahre Sie mit dem Teil fort, in dem Ihre jeweilige Computerplattform besprochen wird und sehen Sie sich danach in Teil 6 die Einführung in die Aufnahme- und Produktionssoftware Studio One an. Erster Teil Auspacken und Online-Registrierung Zum Lieferumfang Ihrer Audiobox i1 oder i2 Audio Interface gehört eine Dokumententasche mit einer Anleitung zur Verkabelung, Sicherheitshinweisen, eine Registrierungskarte zur Autorisierung der zugehörigen Software sowie ein USB-Kabel zum Anschluss Ihres i1 oder i2 an einen Computer bzw. ein USB-Netzteil, falls Sie Ihre Audiobox an einem iPad betreiben möchten. Zum Lieferumfang Ihrer Audiobox gehören professionelle Anwendungen und Services, die zusammen mit dem Interface der i-Serie eine komplette Aufnahme- und Produktionslösung darstellen. Um die zugehörige Software zu autorisieren und herunterzuladen, müssen Sie sich online registrieren. Geben Sie zunächst in Ihrem Webbrowser die Adresse my.presonus.com ein und loggen Sie sich ein bzw. erstellen Sie ein MyPresonus-Account. Nachdem Sie sich in Ihrem Account eingeloggt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Register New Hardware. Wählen Sie aus der Auswahlliste den Eintrag Audiobox i1 oder i2 aus und geben Sie die auf der Registrierungskarte angegebene Seriennummer ein. Klicken Sie anschließend auf Register. Zum Abschluss der Registrierung wird die Produktseite für Audiobox i1 und i2 angezeigt, auf der Sie die Software und die Treiber für Ihren Computer herunterladen können. Mit der Registrierung der Audiobox in Ihrem MyPresonus-Account haben Sie automatisch Zugriff auf Studio One Artist sowie jede Menge kostenlose Loops und Samples. Damit sind wir am Ende des ersten Teils angekommen. Starten Sie nun den zweiten Teil des Videos zur Einrichtung und Betrieb Ihres i1-i2 Interface. Untertitelung des ZDF für funk, 2017